Die Atmosphäre bei uns im Team ist natürlich ganz toll. Das ist fast schon familiär, sagen wir mal. Also für mich ist es ganz toll, der Chef einem entgegenkommt und fragt morgen, wie geht's dir? Und dann hält man kleine Schwätzle. Also das ist für mich ganz toll. Ich muss sagen, meine Eltern sind sehr stolz. Dass es eine sehr mitarbeitung freundlichem Betrieb ist. Dadurch, dass wir auch sehr wenig Fluktuation haben, kennt man natürlich die Leute sehr gut. Und ich muss sagen, das war auch das, was ich in der Berufsschule damals mitbekommen habe. Das ist nicht die beste Ausbildung, die man eigentlich im Umkreis kriegen kann. Und wenn es wirklich irgendwelche Sorgen oder etwas gibt, denke ich, da ist man jederzeit wieder ein Ansprechpartner. Das ganze Betriebsklima ist, glaube ich, sehr besonders. Der Mitarbeiter ist die Säule des Unternehmens.